hallo meine freunde der gepflegten automobile heute mal ein ganz anderes video ich habe eine e mail bekommen von youtube und die möchte ich euch nicht vorenthalten darin steht dass ich meine zahlen dieses jahr was ich so alles mit euch zusammen erreicht habe und darin haben sie mir geschrieben dass ich jetzt insgesamt schon 656 minuten neue inhalte hochgeladen habe und dass das eine tolle leistung wäre die leistung ist nicht nur von mir sondern auch von euch weil ihr das ja auch alles angeschaut habt und meine gesamtbilanz ja du bist mittlerweile seit über 3800 tagen aktiv das stimmt nicht ganz so eigentlich bin ich erst dieses jahr richtig aktiv geworden ich habe mich schon vor zehn jahren angemeldet aber dieses jahr habe ich mal gas gegeben und ja das sind jetzt ein paar zahlen hier steht seit dem upload eines ersten videos haben deine fans 622 mal einen daumen nach oben gegeben dafür schon mal jetzt schon vielen vielen dank das heißt ich mache alles richtig bis jetzt deine community wird immer größer hier steht dass zuschauer 81 kommentare auf deinem kanal gepostet haben und deine videos über 329 mal geteilt haben danke auch dafür dass ihr mich weiter teilt und auch immer wieder ich freue mich über eure kommentare so und dann haben wir hier noch ein paar zahlen das sind zahlen wie zum beispiel du hast 2020 gerockt steht hier insgesamt kommst du in diesem jahr auf 1109 neue abonnenten wow ich sag mal danke 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 und 37.437 mal wurden meine videos wiedergegeben nochmals danke an euch alle und außerdem kannst du auf 252.000 minuten wiedergabe zeit verbuchen ich sag mal für so einen kleinen kanal den ich habe ist das ganz schön viel deswegen bedanke ich mich nochmal bei euch und hier steht noch die deine fans bekommen einfach nicht genug von mir und ich hoffe das stimmt so deine videos wurden 2020 unglaublich fast 600 mal mit mag ich bewertet leute ich mag euch auch ich finde es super ihr dürft das weiterhin immer so schön kommentieren und euch dazu meine videos weiterleiten und teilen vielen vielen dank für das ich wünsche euch einen schönen sonntag und bis zum nächsten video bis zum nächsten video